Ich hatte einen Traum. Und wir liefen los. Gibt es Speck mit Bohnen? Dann komm ich nach Haus. Gibt es Speck mit Bohnen? Dann komm ich nach Haus, mein Jung. Papa lebte mit ner blonden Schönheit in einem fremden Haus. Ich schaute durchs Fenster und sah Papa mürrisch in der Küche stehen. Ich klingelte und er stand vor mir. Er kämpfte gegen seine Tränen an. Ich sagte, Papa, du bist traurig? Gibt es Speck mit Bohnen? Dann komm ich nach Haus. Gibt es Speck mit Bohnen? Dann komm ich nach Haus, mein Jung. Bei uns zu Hause ist was los. Papa kommt zurück. Mama kocht Bohnen mit Speck. Mein Jung, ich glaub das nicht. Es gibt Bohnen mit Speck. Papa kommt jetzt.